Die Bayerische Staatsregierung hat über Jahre hinweg systematisch sogenannte Resonanzstudien, also Meinungsumfragen, in Auftrag gegeben, die sich streng am CSU-Parteiinteresse orientiert haben. Jetzt ein neuer vorläufiger Höhepunkt. Wir haben Kenntnis davon erlangt, dass Edmund Stolper seine Kanzlerkandidatur 2002 systematisch hat demoskopisch vorbereiten lassen, allerdings zu Lasten des Steuerzahlers. Die Parteikasse der CSU wurde entlastet und der Bayerische Staatshaushalt wurde belastet. Insgesamt haben diese Studien über 310.000 Euro gekostet seit 2001 bis 2009. Und nun gilt es, diese 310.000 Euro aus der CSU-Parteikasse in den Bayerischen Staatshaushalt zurückzuführen. Das ist unsere Forderung. Der Bundestagspräsident überprüft den Vorwurf der verdeckten Parteienfinanzierung und auch die Rechnungshöfe setzen sich mit dieser Sache auseinander.